Oh nein, mein Handy! Ups, unsere Musik! Ups, scheint so als wäre die Probe vorbei! Halt, nimm das Handy, Chelsea! Warum? Der Akku ist leer! Ja, ich hab leider vergessen, es aufzuladen. Aber das heißt nicht, dass wir sofort aufhören sollten, unsere Piliers zu trainieren. Du hast absolut recht. Wir können unsere Pirouetten drehen und über eine schlaue Lösung nachdenken. Wir könnten singen, während ihr tanzt. Erst ein Sprung, dann bleib stehen, nun einen Schritt und jetzt drehen. Ein Sprung, dann bleib stehen, drehen, drehen, drehen. Schwindelig! Oder wir benutzen das. Wow, wie wunderschön! Oh, wie schön! Ein Video wird abgespielt. Das sieht aus wie der Pier, wo die Extra-Mini-Minis heute Nachmittag ein Konzert geben. Oh, aber ihr Turbus steckt im Schleim fest. Ich hoffe, jemand hilft Ihnen. Ja. Ich auch. Warte, das ist eine weitere Gelegenheit, selbst aktiv zu werden. Wir müssen nicht warten, dass Ihnen jemand hilft. Wir helfen Ihnen raus. Wir haben Ideen. Wir sind mutig. Und ich kann mich in kleine Lücken quetschen. Ja! Ja! Oh! Oh! Wir helfen euch extra, Mini-Minis. Eins, zwei, drei! Ja! geehr Sempre. Äh! Ja!